hallo und willkommen zu einer weiteren folge die skyline wir haben noch arge probleme hier im industriegebiet güterbahnhof überlastet der nachbarrot nach der bahnung angenommen an den bahnung sind neue leute anschließen verbindungen herstellen brettung hoppernhof also langsam sicher wird es angenommen ist ja erst neu verlegt worden die gleise längerfristig musste hier auch weg hier ist ein knackpunkt diese kreuzung hier entferne dann müssen sie alle oben lang das ist vielleicht ganz gut vielleicht den verkehrsfluss verbessern dass auch wieder wohnhof die die waren schnell weggefahren werden da ist das oder kaffee wird kalt denn wir züge wie gesagt wir müssen züge müssen dann abgefertigt werden dann geht das auch ich denke mal hier ist das irgendwann der verkehr besser läuft vielleicht kann ich auch die straße aufwerten eine einbahnstraße die alle ja problem das heißt jetzt könnte noch es könnte an der straße sein besser wir sind da wiederum wir sind sauer Wird's all nix, muss ich noch warten auf einmal, boah Anscheinend muss dazu gemacht werden So Auch meine Gefahren wie der Stau ist hier vorne Wenn wir hier mal eine Buslinie schaffen So 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 Oh ja. Stehen hier woanders. Gut, wenn man laufen lassen. Schon wieder Tote. Ist ja auch nicht normal. Was fehlt denn da? Kleiner Park. Ah, wir haben die Tote oder Ende. Okay. Das war halt nicht so schlecht versorgt. Gut. 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 ид 들어 다시. normalerweise wenn ein bisschen nicht verbessert wir richten mal neue straße wir sehen uns beim nächsten Mal Vielen Dank. Ja, wir haben ja alle Verkehrsprobleme. Wir könnten auch hier eine Abfahrt schaffen. Wir könnten auch hier eine Abfahrt machen. Wo die Kreuze auch nicht schlecht ist, kann man sehen, wie es annehmen. Ihr könnt auch hier umgestalten zu einem Lichtversiedelunggebiet. Okay. 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 für immer noch arbeiter immerhin um an genutzt na guter verkehr auch haben wir schönes aber dafür noch gleiche nachwendung von 9 also hier wird kaum genutzt alle wollen sie hier rein da könnte man was tun oder auch nicht vorab gehen geben wir hier eine runter das war nicht praktisch kommt ihr halt früher nach hause umgekehrt richten umgekehrt 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 jetzt können sie hier runter da auch runter dann nach hause fahren oder hinten irgendwo so war die freunde das soll es für heute gewesen sein ich würde mich freuen wenn ihr wieder reinschaut man hört und sieht sich zur nächsten folge wiedersehen so so schau schau Untertitelung des ZDF, 2020